Es geht jetzt nicht, ich bin im Wohlkampf. Hallo, Inside Politics, Folge 25, heute mit Richard Lugner und Katie Lugner, dem First Couple, wie es so schön heißt in der Werbung. Sie treten zur Bundespräsidentenwahl an. Was sind Ihre Ziele, wo sehen Sie die politischen... Ich bin der Meinung, dass wir mit der Zweiparteiendiktatur, die wir seit 70 Jahren mit wenigen Ausnahmen haben, Schluss machen müssen. Es muss wie in jeder anderen Demokratie einmal die einen an der Macht sein, einmal die anderen. Deswegen sage ich, die beiden muss man trennen, die Roten mit dem anderen oder die Schwarzen mit dem anderen, wie es in einer Demokratie gehört. Und das muss der Bundespräsident machen und dann muss der Bundespräsident der Regierung ein Arbeitsprogramm versuchen, in die Regierungserklärung hineinzubringen, wo man die Arbeitslosigkeit behebt, wo man die Pensionsreform hinbringt, wo man die Schuldenmacherei einbremst, wo man die Staatsreform macht und das Flüchtlingsproblem löst. Das sind die Aufgaben des Bundespräsidenten, die er der Regierung auferlegen muss und die müssen im Regierungsprogramm drinnen sein, mit einem Zeitprogramm. Und wenn sie es nicht machen und nicht zu der versprochenen Zeit durchführen, wie es jetzt immer wieder geschieht, dann hat der Bundespräsident die Regierung, ohne irgendwem zu fragen, nicht abzuberufen. Da habe ich eine Frage, nämlich einerseits die Wirtschaft. Wie wollen Sie die Wirtschaft wieder ankurbeln? Was sind Ihre Vorschläge diesbezüglich? Sie kommen ja aus der Wirtschaft. Also, nachdem unsere Lohnnebenkosten relativ hoch sind, muss man versuchen, die zu reduzieren. Und alles, wo Leute nur in der sozialen Hängematte drin sind, das muss man wegbringen. Es muss sich Leistung lohnen. Der arbeitet, der soll einen Lohn bekommen, der soll einen 13. und 14. bekommen. Aber da gibt es sicher einiges, wo man etwas reduzieren kann. Früher habe ich es schon gesagt, bei den Pensionen. Wir haben im Pensionsrecht die Männer mit 65, die Frauen mit 60. Und so lange sollten die Österreicher arbeiten. Und wenn sie früher in Pension gehen wollen, dann sollen sie weniger kriegen. Dann sparen wir Geld. Und jetzt gibt es natürlich irgendwelche, die körperlich kaputt sind, bevor sie 65 werden. Für die soll es von mir aus eine Haklerregelung geben, aber für andere nicht. Ein Bürohengst braucht keine Haklerregelung, weil er nicht körperlich kaputt ist. Und wie sehen Sie jetzt eigentlich auch die Flüchtlingskrise? Die Flüchtlingskrise hat Österreich absolut verschlafen. Der Bundespräsident vertritt das Land nach außen. Der hat vor einem Jahr all die zu den Schengen-Ländern fahren können. Das ist seine Aufgabe, statt hinter der Tapetentür zu sitzen, alle Schengen-Länder besuchen. Und zu sagen, bitte machen wir die Schengen-Grenzen dicht. All diese Länder haben ein Militär, die gegen jeden feindlichen Angriff die Länder verteidigen könnten. Und die Flüchtlinge sind einigekommen. Und wir haben zugeschaut und das Militär war in der Kaserne. Da hätte man aktiv sein müssen. Momentan ist es so, dass ich glaube, dass einerseits in Syrien Frieden angedacht wird und andererseits verschiedene Lösungen sind, dass wir das langsam im Griff kriegen, weil die Flüchtlinge weniger werden. Aber wenn man der Türkei drei Milliarden Euro gibt, das führt, dass wir von Griechenland tausend Flüchtlinge in die Türkei führen und dann von der Türkei mit dem Flugzeug tausend nach Deutschland führen. Da frage ich mich, für ein Hotelaufenthalt zahlen wir drei Milliarden. Das Geld würde ich nehmen, so wie es nach dem Krieg die Amerikaner mit Europa gemacht haben, mit dem Marschallplan, in Syrien das Land wieder aufzubauen. Damit die Leute wieder zurückgehen in ihr Land und dass sie sich dort wohlfühlen und dass sie dort Lebensbedingungen haben, wie sie es brauchen. Dazu würde ich die drei Milliarden verwenden, aber nicht für Flüchtlingslager, wo die im Elend leben müssen. Und zwei kurze Fragen noch. Ich bin gleich so weit. Für was steht Richard Lugner? Richard Lugner steht für eine Demokratie, wo nicht 70 Jahre lang immer die gleichen Parteien an der Macht sind. Egal wie man will, haben wir immer Schwarz-Rot. Das will ich nicht. Ich will einmal die Schwarzen, einmal die Roten mit anderen Parteien. Momentan Schwarz-Blau oder Rot-Blau. Dann wird was weitergehen im Land und wenn die einen Scheiße bauen, dann sind sie weg. Und dann kommen die anderen dran. Und Frau Lugner noch, ich wollte Sie fragen, wie wichtig ist es Ihnen, Ihren Mann jetzt zu unterstützen? Naja, wir sind verheiratet und demnach unterstütze ich meinen Mann. Also ganz klar, egal um was es geht. Also das ist für mich ganz normal. Warum sollte ich das nicht tun? Er ist ein gescheiter Mensch, habe ich ja schon in der Rede gesagt. Er hat neun Firmen erfolgreich aufgebaut. Also da würde ich mich nie irgendwie mit Händen und Füßen wehren. Er ist ein Mensch, der was bewegen kann und der was bewegen wird. Und deswegen, das ist voll in meinem Verständnis und deswegen mache ich das auch. Drei sieht man selten in dieser Zeit. Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber für mich ist das ganz klar. Ich gehe überall mit. Es sei denn, ich meine, ich bin ja auch noch Mutter. Meine Tochter ist krank oder ich habe keinen Babysitter. Dann ist meine Priorität natürlich mein Kind. Ich glaube, das wird auch jeder nachvollziehen können. Aber sonst, wie Sie sehen, ich stehe hier. Am Schreibtisch stapeln sich die Mails und die Briefe und alles. Und ich bin aber trotzdem hier. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Und einen schönen Wahlkampfloch. Danke sehr. Danke schön. Schönen Tag Ihnen. Ebenfalls. Ich habe meinen eigenen Namen.